Das ist das, was wir heute machen. Wir gehen Kamel reiten. Das Gute ist, dass die zwei Höcker haben. So gesehen kann man sich schön dazwischen setzen und nicht runterfallen, hoffentlich. Eine Stunde soll es dauern. Da drüben wird unser Auto repariert. Die haben den Motor auseinander genommen und die Kurbelwelle rausgenommen. Das macht er mitten in der Wüste hier. Ich werde mal hingehen und ein Foto machen.